Deswegen, ja. Wer weiß, was der da noch an Münzen und steuchert. Das hätte er dann gesehen. Willkommen zurück zu Clan Wars. Worms. Clan Wars. Zu Clan Worms. Ha. 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 Ja. Weitgeflogen. Och Maiwo. Ha. Rechts gemacht. Das bisschen hättest du jetzt auch weiter rechts bleiben können. Vielleicht war das auch der Fehler. Zu dem Spinat mit Möhren. Warum stehen die eigentlich da in der Mitte beide zusammen? Und dann auch noch beide dicken. Ja, ist klar. Spinat mit Möhren hast du noch bestellt. Hast du noch bestellt, oder nicht? Ja, du auch, oder nicht? Du kannst nicht... Ich wüsste, was ich mache. Ich wüsste, was ich tun würde. Du kannst jetzt nicht behaupten, dass ich deiner Bestellung nicht nachgekommen sei. Nee, das hätt ich nicht getan. Ich auch nicht. Doch, ich schon. Nee. Ja, weißt du... Och, mit so viel Lack kann auch keiner rechnen. Ich hätte ihm nur eine geschnimmt. Ja, ich auch. Wäre nämlich in beide Minen reingeflogen. Und wenn Benni jetzt schlau ist, kann er ihn ja direkt absetzen. Ähm. Ich gewinne auch mit drei Würmern. Irgendwelche letzten Worte? Ich gewinne auch mit drei Würmern. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. ist wieder umleitung schilder aufgestellt das paket hat mir nicht gefallen deswegen retour sendung ich mag es nicht wenn du mir leere kartons schicken war aber eine bazooka drin war nicht leer aber die bazooka war leer ach mann wo du brauchst nur eine granate fallen lassen der 150er steht genau neben dem pass da hat mayo gestohlt deswegen ist es da so rutschig genau revier markiert du störst ja das hat jetzt nicht viel das hat sich kaum gelohnt für den 19er ich finde schon dass sich das gelohnt hat guck mal benny 105 punkte 106 punkte warten auf die ja er macht jetzt nur 105 punkte schaden genau das kann man kann zumindest anfangen dran zu arbeiten Was ist denn? 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 Ist zu fett dafür. Mal gucken ob das geht. Nein. Ja. Boah. Der Glück ey. Ist ein 4km Seil da drin oder was? Ja. Ja. Auch und cheese. Meist ja cheap besser. Ähm. Ähm. Oh. Dein Regner ist schon tot. Ja. Du kannst mir auch helfen. Ich kann dir helfen ja. Daran zu arbeiten. Daran zu arbeiten. Ich helfe dir runter. Nur mit. Na. Nur mit einem. Das ist nicht schlimm. So Benni jetzt kannst du noch mal erfolgreich daran arbeiten an der Gasflasche. Was denn jetzt? Hä? Achso. Ja okay. So. Ich dachte jetzt eigentlich erschießt auf dich. Immer noch nicht. Ne. Ich glaube einen oder zwei braucht die noch. Ne. Mit einem noch vom dicken. Wie bist du denn? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Du gärtest böse, Mann! Ey! Und? B.S. Geht zu Nick, ne? Verschwendung. Näh. Passt. Näh. Ah! Oh. Ich geh mal zu Nick ne Runde. Tschüss! Nee, bleib da hin. Eile, hopp! Strategische Umlagerung. Muss mal gerade gucken, ob das ginge. Kopfschmerzen. Ne, geht nicht. Okay. Das war's mir wert. Die Flasch hat übrigens 35 noch. Also einen Schuss, dann ist sie weg. Aus... Ne, geht nicht. Ne... 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 Gar nicht. Doch. Nein, gar nicht. Doch. Nein. Mit der Bazooka und dann fliegst du auf die Miene, dann geht die Kiste mit hoch und das dürfte schon einiges ausgelöst haben. Ja, aber damit fliege ich nicht ins Wasser. Nein, nein. Annie, töte den 41er da unten. Der wird dir in den Rücken fallen. Ach, schade. Ja. Was für ein Rabbit? Wo ist der Hase? Let's go. Give it to your Argen. Give it to your... Die Umleitung besteht noch. Ich sehe es. Gut, ich wollte nur feststellen, ob wir ja auch darüber gesprochen haben. Wie das aussieht, wie die zwei Würmer da stehen. Was macht denn jetzt? Oh. Tschüss, Nick. Nix, mache ich. Ich komme dir hinterher an den Nick. Ich wollte mir ein bisschen... Ich wollte ein bisschen Abstand halten, um mir das Ganze mal anzugucken. Ein bisschen Abstand. Der Rolli hat kistet. Nein, da habe ich echt nur Schaden bekommen auf die Entfernung da. Ja, weil die Kiste da noch mit dabei stand. Genau. Das Spiel ist so scheiße heute, das ist unfassbar. Also, Benni, die Flasche 35. aber leider nicht nahe genug große loch große bomben keine küsten kein problem schade ich finde es gut dass du ein paar mal vor mir angesprochen bist hallo hier bin ich macht nichts es ist ein bisschen schneller und ja alles gut reicht nicht Ich werde dich holen! Für die Christus-Scheu! Ja, bevor Mario die holt. Und der Weg ist geebnet. Kann der Gerd jetzt nochmal nachsetzen? Gerd? Oh, ich glaube der Gerd hat Interesse an euch dreien da rechts. Macht nix. Ist aber auch nicht unbedingt Gerds Tag heute. Doch. Ich hoffe, dass er jetzt nochmal dran ist. Ja, der ist jetzt gleich nochmal dran. Du hast ja einen Wurmwechsel. Wobei, der 52er müsste jetzt gleich dran sein. Egal. Aber das macht ja nix. Da unten findet gleich das große Ausrotten statt. Ja, Benni, fang doch schon mal an, wenn du da ähnlich wegkommst. Lass die bitte alle auf einem Haufen. Ja, nein! Nee, die kannst du nicht setzen. Stell irgendwas hin, dass wir uns verteilen. Da brauchst du preis wollen. Doch, stell was hin, dass wir uns verteilen. Nein! Nein, nimm wenigstens was, was sich lohnt. Die holen die oder so. Nimm die Mine! Oh! Jetzt halte die echt, ey, der... Oh! Gut gemacht. Warum? Weil Baum! Erleck mich doch! Näh! Daneben! Ja! Äh! Ja! Oh, tschüss Benni! Oh, tschüss Benni! So! Tschüss! Und dafür, dass du die verteilt hast! Haha! Die war aber schon nice geworfen auch. Haha! Haha! Gerhard! Puh! Haha! 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 Meiner! Haha! Haha! Das war mein Plan mit der Holy! Wie sieht's aus? Guck ja! Jetzt war's meiner! Pff! Lass dir selber Ideen einfallen, klauen nicht meine! Reicht schon, wenn ich bei Nick in den Kopf einbreche, um da irgendwelche Ideen zu klauen! Die Idee... Also, nachdem die vierte Person reinkam, dachte ich mir auch irgendwas! Dass der irgendwas hinlegen muss! Der arme Gerhard! Ich rotte euch noch alle aus, keine Sorge! Du könntest dann mal da weitermachen mit Nick! Ups! Ja genau, Nick! Er hat nämlich alle Tasten, nur nicht die, die ich will, ey! Er hat nämlich noch mega viel Energie und... Ja, doch! Und hab ich das ja auch nicht verstanden, dass ihr alle jetzt plötzlich gegen mich kämpft! Ja! Jetzt siehst du mal, wie es mir geht! Du hast das verdient! Pff! Genau! Sich ähnlich! Pff! Ah, das reicht nicht! Das macht überhaupt nichts! Ähm! 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 Gibt's noch nicht! Achso! Nee! Ich würd den oben den 160er, dann kannst du den nach unten holen schonmal! Mit ein bisschen Glück! Lass Benni doch einfach machen! Dürf dich mal! Hast du schon den? Nein! Er hat gar nichts! Blah! 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 Komm! Ja! Komm! Ja! Das ist Verschwendung! Nein! Das ist nicht! Doch! Ist es! Aber! 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 Das ist gar nicht so doof! Ich würd sie jetzt wegrollen müssen! Ich würd jetzt wegrollen müssen! So, okay. kann dich da leider nicht leben lassen warst mir ein bisschen zu nah bei mir ja jetzt kommt auch noch ausgeregt mein essen ja ich muss ihn zurückziehen lassen wenigstens ein guter grund keinen schaden zu machen das verstehe ich mich noch dass mich leben ja gleich nicht mehr lass mich leben doch er lässt sich leben es ist nett dass du wieder aufmachst du hast geschrien lass mich leben ja wenn ich ein bisschen mehr kann ich kann nicht weiter runter ziehen das ist ein bisschen doof sie ist unten auf mayo würde ich halt gerne beide mitnehmen perfekt gerd trifft ja auch da gerd überleg dir gut was du tust du hast da oben 2 mit mega viel energie stehen die du die du jetzt wirst dich ne hat die banane schon aufgebaut ja jetzt explodiert kisten ja Voll! Verstanden! Schau! Na, scheiße! Hast du ein Glück, dass du gesprungen bist, rechtzeitig. Dann probieren wir das doch auch mal aus. Ja, du brummst leicht. Hättest du doch meinen Plan kaputt. Ja, hättest du mal auf mich gehört. Ich wollte ja gewinnen. Der Plan war eigentlich, dass ihr beide geht. Nee, hättest du mal auf Mayo gehört, weißt du, wäre dir den Rücken gefallen. Hättest du den nicht weggemacht, hätte er dich weggeschossen. Nee. Nee. Ach, scheiß drauf. Entweder klappt das jetzt, aber es klappt halt nicht. Bleibt ihr nicht da liegen? Ja, nee. Aber bevor er mich killt... Ach nee, schade, hat nicht geklappt. Feuchtig killst du dich an die dünste Stelle vom Wasser. Ja. Ja, doch, die hätte liegen bleiben können, je nachdem ich geworfen hätte. Das wäre schon irgendwie gegangen. Ja, leider hättest du ziemlich genau treffen müssen. Ja, doch, die hätte da liegen bleiben können. Ich hätte bei dem Hunderter so liegen bleiben können, aber nicht da oben bei den Beinen. Ja, das überlebe ich nicht. Boah. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 informative φ Finif��.